Das ist ein gutes Haus. Zu Hause bei Jilan treffen wir auf diesen freundlichen Kater. Jilan meint, der Kater sei ein kleiner Jäger. Er muss natürlich mit ein paar Leckerlis verwöhnt werden. Jilan zeigt uns noch ein paar Bilder vom Silent Restaurant und seinen Freunden dort. Besonders neugierig sind wir aber auf die Fotos von seiner Freundin Naomi. In der Zwischenzeit hat Jilans Mama den Tisch reichlich gedeckt für unser Essen. Jilan ist so nett und leiht mir Hemd, Krawatte, Soko und Schuhe für die Hochzeit, zu der wir eingeladen wurden. Dieses hübsche Bild hat Jilans Freundin gemalt. Nachdem wir Jilan verlassen haben, machen wir wieder Halt bei einem kleinen Laden und leisten uns eine Kokosnuss. Nachdem wir sie ausgetrunken haben, wird sie wieder geteilt, damit wir das Fruchtfleisch verzehren können. Und dann gehts weiter zurück nach Hause.